Herzlich Willkommen zurück Leute zur zweiten Staffel vom Super Mario Maker und ich habe nicht unbedingt gerade Beinfreiheit Das ist ja wundervoll ne? Habe ich nicht im letzten Part sogar irgendwie was von wegen zerfallenes Mikro geredet oder war das ein anderes Projekt? Das könnte auch ein anderes Projekt gewesen sein. Ich glaube das war Spyro ne? Egal, heute haben wir vor mal ein paar Level zu spielen, aber nicht meine Wobei, doch eine Sache möchte ich zeigen, falls ich die im letzten Part noch nicht gemacht habe und zwar wollte ich meine Level ID zeigen von den Leveln, die ich gemacht habe, die ich hochgeladen habe. Jaja, neue Mitteilungen, die können wir uns später ansehen Ja genau, die können wir uns jetzt anschauen, das ist ja nur hier Figure Harbor von drei Nutzern gespielt, bla 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 Ja, das ist eigentlich ganz nett hier, ne? Gut, ähm, ich zeige jetzt mal einfach eine ID von einem, vom ersten meiner Level Vom, äh, Simple Mushland. Boah, das hat schon viele Sterne, ne? Da müsste ich auch mal drauf schauen, wann ich, ähm, ich glaube bei 250 Sternen kann man den, kriegt man die dritte Medaille und Somit hat man dann wieder die Möglichkeit, mehr Level hochzuladen. Aktuell geht ja nur noch eins Und, äh, das ist schon schwierig 19 Sekunden, aber da ist ja jemand durchgerast, ne? Ich meine, ich habe da auch eine, ähm, Abkürzung irgendwo Versteckt Über die Röhren, wie im ersten Richtigen Mario Level So, die ID Hab's schon fast wieder vergessen So, hier könnt ihr sehen I'm watching, you nerds Okay, ähm, hier unten könnt ihr die ID sehen Und Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr sie spielen So, auf der anderen Seite will ich jetzt noch mal kurz in die Statistik schauen Um zu sehen, wie viele Sterne Ich habe 109, ja, das ist, äh Das, äh, das entwickelt sich zum Guten Ist ja auch, äh, für mich besser, wenn ich mehr Level machen kann, ne? Also, ist für mich und für euch besser Also, falls ihr auch selbst irgendwie Lust habt, ein paar Level mehr zu spielen von mir Dann, ähm, könnt ihr das ruhig machen Ich will mal kurz gucken Ich will mal kurz eine Sache nachschauen Ähm Und zwar war, war meine ich Volo in einem der Parts In der Spike Shock Cave, ne? Das war der zweite Auf jeden Fall hat er die Level auch mal durchgespielt Und jedenfalls bis zu dem Punkt Hab ich das jetzt jedenfalls gesehen Und das ist mir so aufgefallen Ähm Na gut, das Level war jetzt nicht unbedingt so überragend, ne? Aber, ähm Was ist mir nochmal aufgefallen? Achso, ist ja schön, wenn man so, wenn man mal sehen kann, wie Spieler Blind da durchlaufen, ne? Ich hab das auch Bis zu diesem Level jedenfalls einmal Blind anspielen lassen Von einem Kumpel und Ja gut, äh Ich meine, Volo hätte sich besser angestellt als, äh Mein Kumpel, sagen wir es mal so Deswegen wollte ich auch die späteren Level ein bisschen schwieriger machen Aber gut, wir sind jetzt hier schon Locker drei Minuten im Spiel Und dabei wollte ich eigentlich jetzt mal die Level von jemand anderem spielen Und zwar, ähm Wenn ich sie denn noch irgendwo hier Rumfliegen habe Baumeister Baumeister War das unter Baumeister suchen? Ich hab keine Ahnung Favoriten vielleicht Lupen Milord Ja genau Der muss ja jetzt im Grunde auch schon einige Level Warte mal Okay, bis zu 8.2 Das ist interessant Vielleicht kann er nicht mehr hochladen Auf jeden Fall hatte ich jetzt mal vor Sein Spiel durchzuspielen Das ist schon lange her Seitdem ich die ersten Level mal überhaupt angespielt habe Aber das ist halt schon Boah, schau dich das mal an Das ist schon viel Da haben wir viel zu tun Und ich hab bestimmt auch nur die ersten beiden Welten überhaupt gespielt Jetzt hab ich so gerade im Let's Play Die Ambition mal ein bisschen mehr zu machen, ne Ähm Slice of Life Mal sehen, wie das so ist Das sollte eigentlich Ja, die Level von Luke Millard Wer Supermuffin 70 kennt Der wird ihn ja natürlich kennen, ne Ich mein, wer auch Supermuffin 70 gesehen hat Ähm Ist auch ein deutscher Let's Player Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann Ist gewesen Weil Ähm Er macht teilweise auch Immer noch Videos Je nachdem Wenn er Wenn er Lust hat Aber er macht jetzt keine Ähm Projekte mehr Finde ich schade Ich hab ihn früher mal recht gern geschaut Ja, und als er dann die Mario Maker Level gemacht hat Ähm War natürlich klar Dass das jetzt nicht unbedingt so schlecht wird Wie Den Großteil, den man jetzt im Mario Maker sieht, ne Ich mein, klar Das ist jetzt immer noch nicht so Das sieht jetzt nicht so nach Nintendo Standard aus Gerade wenn man sich hier diese Äh Diese Lücken anschaut Da würde Nintendo wahrscheinlich Ich weiß nicht Ob Nintendo solche kleinen Lücken machen würde Aber es ist Es ist spielbar Es ist nett Es ist Es ist ein guter Level Hm Achso, nach unten Okay Ja, eigentlich theoretisch muss ich gar nicht nach unten, ne Boah, ich hab keine Ahnung mehr wie die Level waren Also wie die Level so Thematisch und vom Aufbau her waren Das Da würde ich mich jetzt überraschen lassen Ich finde halt echt Beim Grasland ist es ein ganz großes Problem Röhren zu setzen Wenn wir mal Ähm Man muss das wirklich über diese Blöcke machen Über diese Holzblöcke Andernfalls sieht das richtig schäbig aus Weil es ist einfach dann noch Dann sieht es halt einfach so aus Als würde eine Röhre in der Luft rumhängen Ach ja Auch solche Details Äh Da ist es immer ganz nett Wenn man sich daran mal so ein bisschen Äh Gedanken an der Grafik macht So, jetzt möchte ich aber hier diese Komischen Kartons wegmachen Meine Fresse Ach, ich habe ja letztens noch eine Spinne gesehen Die hat sich wahrscheinlich auch schon direkt unter meinen Karton verkrochen Verkriechen Wie die Griechen Verkriechen sie sich Ja gut Achso, da habe ich schon einen Stern gegeben Ja, und warum ich das jetzt nicht über den, ähm Levelöffner mache Also ich meine Man kann über Man kann sich ja Level downloaden Und sie dann Wie eine ganze Welt spielen Ähm Ist einfach aus dem Grund Dass ich noch ein paar Sterne verteilen will Wenn es denn so geht Ich meine Die Level sind nicht schlecht Die sind Auf jeden Fall Von Recht hoher Qualität So Was haben wir denn hier? Ich möchte ganz gern die Kommentare ausschalten Weil die nerven Wenn sie hier einfach die ganze Zeit Äh Mein Blickfels Durchqueren Ja gut Auf dem Gamepad interessiert es niemanden So Dann geht es jetzt in den Untergrund Oder einfach nur in die Wasserwelt Das ist auch ganz nett Das ist eine Feuerblume Die sehe ich doch Auch ganz nett versteckt Ja, aber gerade wenn ich sowas sehe, ne Wie viele Details man hier reinbauen kann Mit den Pflanzen Ähm Mit den Grafiken allgemein Hier gibt es auch Sachen Die sind einfach out of bounds Die sollen einfach schön wirken Das ist dann einfach Alter Das ist Das ist Schokolade Irgendwas mit Schokolade Irgendwas Irgendwas Was man genießen kann Das ist der Genuss für die Augen Weil sowas ist halt Äh Das ist nicht einfach so hingepumpt Da hat man sich wirklich Gedanken gemacht Das ist einfach der Unterschied Zwischen einem guten Mario Maker Level Und einem schlechten Gut Jetzt ist es natürlich recht schwer Äh Recht leicht Nicht schwer Ähm Sich hier durchzufinden Ist ja noch die erste Welt Da brauchen wir noch nicht die schwierigsten Oder die schwersten Ich sag das immer wieder falsch Vielleicht sag ich es auch die ganze Zeit richtig Und versuche es falsch auszusprechen Ähm Ja auf jeden Fall Habe ich das Level jetzt mit einem Stern bewertet Das möchte ich jetzt nochmal sehen Wahrscheinlich Weil Das werde ich Es kann sein Dass ich es mal vergesse Das kann durchaus sein Oder wenn ich ein Level jetzt nicht so gut finde Dass ich das dann auch nicht mache Das geht doch nicht Also dass die da gerade Das ist bildnerisch einfach Alles einschleimen Was ich hier tue Nein Was machst du Nein Ich glaube das ist Das ist No 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 Touch Level Ne Ah 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 Level beenden Auf jeden Fall Ich habe es euch ja gesagt Ich weiß nicht ob ich das schon mal erwähnt habe Aber es gibt so ein Zeichen So drei japanische Zeichen Wenn man sie sieht Dann weiß man dass es ein Auto-Scroller ist Ein Auto-Norm Nicht ein Auto-Scroller Sondern so ein normales Ähm Du darfst nichts drücken Level Cooper does the job Wow Ah Das ist interessant Okay Ich glaube Achso Da sollen wir Cooper runterschicken Aus unempfindlichen Gründen Warum auch immer Damit die Blöcke aktiviert werden Okay Ist ja mal ganz nett Dann kriegen wir hier noch mal eine Feuerblume Also man braucht hier gerade im ersten Part Nicht unbedingt Ähm Das Schwierigste erwarten Oh Ja Das ist gemein Wenn man Man hätte drauf kommen können Dass man durch diese Blöcke durchfallen kann Das ist nichts Das ist nichts verwunderliches Ach ja Ich bin mal gespannt Weil ich habe ja vor allem die alten Äh die späteren Level noch gar nicht gespielt Und da wird es auch für mich mal interessant so zu sehen Wie sich das Ganze entwickelt hat Da eben Luke Millard ja im Grunde auch Was heißt hier im Grunde auch Er hat halt immer sehr viele Ideen gehabt Von dem was ich gesehen habe Ach Au Ach Ach Aufpassen Nicht wieder in dieselbe Lücke fallen Das wäre sehr dumm Ja gut Jetzt Jetzt gehen wir uns hier durch Und fallen gleich in die nächste Lücke Oder hier rein Wäre sogar fast passiert So Da haben wir das Ziel Die erste Welt ist schon fast gelöst Fehlt nur noch das Schloss Oder Äh was auch immer sich jetzt Luke Millard Für das letzte Level eingefallen hat Ein Einfallen gelassen hat Meine Fresse So Ich weiß noch nicht wie viel wir jetzt hier schaffen Ich habe vor drei Jetzt habe ich Ah Jetzt habe ich den Stern verpasst Ähm Egal Machen wir ein anderes mal Hat er viele Sterne ne Upside Down Twin Castle Das war ein interessantes Level Das war aber so ein Level wo ich keine Ahnung hatte wie man hier durchkommen soll Weil es eine Stelle gab Da hätte man sich treffen lassen müssen Egal wir werden es sehen Ich werde mich hier auch nicht an irgendeine Levelanzahl heften und sagen Ja gut Ähm ich mache jetzt In einer In einem Part Äh eine ganze Welt Oder weniger oder mehr Je nachdem Ähm ich mache das so wie die Zeit sich das gerade hier Wie es sich gerade anbietet Okay Das ist ein bisschen wie die Ombro und Luminium Sphäre Dieses Hoch und Drunter So da kriegen wir mal Pilze Werden wir die Pilze gebrauchen können Achso hier kommen P-Switches raus Da 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 Kommen wir hier vielleicht auch Ich meine man müsste die Seite wechseln Also immer wenn man durch die Röhren geht Wechselt so gesehen Nicht die Richtung aber Ähm Immer wenn wir durch Röhren gehen Dreht sich das Level so gesehen um Zwar in die andere Area Ich meine das sind zwei verschiedene Areas hier aber Ähm So vom Prinzip her ist es halt dasselbe Okay Ah yo 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 Amma Ja mama Ja das ist halt der Punkt Ich glaube das ist auch so gedacht Tschüss Big Bro Im Big Brother Haus Im Kopf stehen im Big Brother Haus Ja gut das war die erste Welt Aber die Thematik habe ich doch bestimmt mit einem Stern erfüllt oder Es kann durchaus sein Ja ich habe mir die Level auch gedownloadet teilweise deswegen Ist es auch Ja doch okay Kann es teilweise auch sein dass es nicht so war Ich werde mir jetzt auch nicht die Zeit nehmen und hier kommentieren weil das dann sonst ein bisschen zu lange dauern würde Toad in the Mushgrove Das klingt interessant Also werden wir hier im Mario Brothers Style Toad spielen Ich finde es immer noch ein bisschen Warte mal Das ist schon ein bisschen ekelhaft Was mir gerade so auffällt Nintendo Ihr seid Ihr seid schon irgendwo Pissig ne Ihr habt ein Captain Toad Level Also ihr habt ein Captain Toad Amiibo Ihr habt ein Toad Amiibo Aber keine Toad Das ist also Wie heißt dieses Stichwort hier Feministisch oder Antifeministisch oder wie auch immer Auf jeden Fall seid ihr schon Sehr gegen das weibliche schlechter magieren Wie viele weibliche Amiibos haben wir denn bitteschön Also nicht Amiibos sondern Figuren hier Mario Maker Ja wir haben Peach Wir haben Daisy Ich weiß nicht ob man Birdo dazu zählen kann Weil Das ist ja eigentlich generell Sehr sehr Ja wobei Birdo Kann man jetzt so sehen wie man will Ich meine wer Sich so teilweise mit Doki Doki Oder mit dem Ende von Doki Doki Beziehungsweise Mario Brothers 2 auskennt Der wird wissen dass Birdo Eine heikle Sache In Sachen Geschlecht ist Das ist Schon ein bisschen komisch Er ist Er Sie Es Wir nennen es ein Es Birdo ist ein Es Also keine Sie So Müssen wir auf jeden Fall so hinstellen So Ähm Haben wir sonst hier Eine weibliche Figur Vielleicht noch irgendwelche Smash Bros Charaktere Das kann Oh jetzt hab ich schon wieder War jetzt auch kein schlechtes Level Ne Aber hätte auch einen Stern verdient Two Layer Labyrinth Okay Also da Nintendo Ich weiß nicht was ihr da wieder geraucht habt Gerochen habt Geschnieft habt Durch die Nase gezogen habt Es ist auf jeden Fall nicht sehr geil Ne Also Also wenn es Toad gibt Ne Captain Toad vor allem Dann bitte auch Toadette Ja Und am besten dann direkt nochmal Captain Toadette Als Ausgleich Ach ja Ich weiß nicht Das reichen wir nach Ja ne Wer glaubt das denn Hä Ich hab's doch fest Ich hab Ich drück grad die X Taste Ne Das sei mal dazu gesagt Ich hab's nicht einfach Ach ich weiß noch nicht Mein Controller ist kaputt Das liegt alles am Controller Am Gamepad Ach du Scheiße Ja wir können auch nochmal andere Sachen hier ansprechen Sowas wie äh NX Wird das hoffentlich ein bessere Äh Hoffentlich wird die NX einen besseren Controller Oder eine bessere Steuerung haben als Als Das WU Gamepad Ach du Kacke Ja wir müssen da halt rein Ne So Die Clowns Kutsche Das Clowns Gefährt Oh da können wir auch direkt meinen Helm abgreifen Damit wir die platt machen können So Ist auch ein sehr interessantes Level Funktioniert auch ähnlich nach diesem Ähm Up-Down-Prinzip Aus dem letzten Aus der letzten Burg Ich glaube es ist klüger Da erstmal nach oben zu gehen Da wird bestimmt etwas sein Was wir brauchen Okay wir kommen hier raus Ich weiß nicht ob mir das so gefällt Oder müssen wir hier links Ich hab nämlich keine Ahnung Wir gehen hier nochmal rein Aber ich hab so in Erinnerung Dass hier nicht sehr viel Äh sehr groß andere Möglichkeiten existieren Von daher Ja lassen wir uns mal überraschen Hier lassen wir uns überraschen Ach du Schande Ein Automatikabschnitt Das ist ein Kreislauf ne Ja Ja gut Kann man mal machen Kann man mal machen So Einmal da rein Ja das ist der richtige Weg Ist das war jetzt auch irgendwo klar ne Oh aufpassen Goombas Und nochmal eine Donut Plattform Äh noch ein Donut Eine Donut Plattform am Ende Damit man Auch wirklich das Leben kriegen kann Das ist ja nett Ja Wie will Mario eigentlich darunter was sehen Das Ist sehr komisch Ich will das nicht hinterfragen Ne Lassen wir das jetzt einfach mal so Stand da gerade Ne das kann nicht sein Stand Ich meine ich hätte gerade irgendwas von wegen 30 Stunden Automatik gelesen Ach du Kacke 30 So ein Level würde ich mir nicht geben 30 Stunden Automatik Ich meine das würde schon rein rechnerisch nicht gehen Weil Du brauchst Äh Du hast zwar 5 Du hast zwar 500 Sekunden Zwar 500 Sekunden Zeit Alter Wäre das dreckig Ich meine stellt euch mal vor Ähm 500 Sekunden warten Damit ihr bis zu einem Checkpoint kommt Dann sterbt Und dann geht es nochmal 500 Sekunden weiter In die nächste Area Danach natürlich Wo ihr dann nochmal 500 Sekunden wartet Und sterbt Ähm Und Ja Das ist natürlich jetzt nicht so das Beste Kommen hier irgendwelche auf uns zu? Die sind alle nur im Kreisen gefangen Ne Ah ist ja schön Dass wir Dass ihr wieder In unseren Kreisen Platz gefunden habt In unserer Sekte Ist das anders gedacht? Kann man die mit Feuerblumen umbringen? Wenn ja Wäre das ein bisschen pissig Ich wollte ja ursprünglich ducken Aber da war es schon zu spät Ah ist eigentlich ein ganz nettes Level Ja Ist ganz nett Ist ganz nett Sind auch sehr viele Details drin Merke ich gerade Mit der Uhr Mit dem Mit den Lampen Ja Sowas mag ich Habe ich auch ein Stern für gegeben? Ach Hier hoch Ich glaube das ist aber eine Abkürzung Die ich jetzt hier genommen habe Ach Kompakt Castle Weil wir hier so schnell durchkommen Oder wie? Ups Aufpassen Ah scheiße Ja da hätte man auch ein bisschen warten müssen Hauptsache man wartet jetzt nicht zu lange Wie macht man das denn Dass die unterschiedlich schießen? Habe ich da irgendwas Übersehen? Ich meine wenn man sie schüttelt Dann schießen sie einfach nur Schneller an sich Aber nicht in unterschiedlichen Intervallen Wow der Endboss Der Kettenhund Ah ist ja interessant Der Kettenhundboss Fürchtet den Kettenhund Ist ja so ein bisschen Äh so ähnlich wie in Mario Brothers Wii Mit dem Iggy Boss Kampf Mit dem Iggy Bäh der ist ekelhaft der Iggy So Ja gut im nächsten Part Machen wir dann weiter mit Luke Mirods Ähm Leveln Ich denke mal da werden wir Bis Boah ich weiß nicht Ich habe jetzt noch vor Zwei Parts zu machen Je nachdem wie weit wir kommen Werden wir das Spiel schaffen Oder nicht schaffen Ich meine Luke Mirods Ist noch bei weitem nicht durch Ich habe über Das war das letzte Level Was ich gespielt habe Da bin ich mir sicher Lucky to Slough Da habe ich gar nicht mehr So in Erinnerung Okay Ähm Ja bis zum nächsten Mal Tschüss und bye bye Bis zum nächsten Mal